einen wunderschönen guten tag und ich wünsche euch allen da draußen ein frohes neues jahr 2014 auch wenn es bestimmt gar nicht so toll wird ja und ich wusste absolut nicht was ich jetzt so machen sollte dachte ich mich verballer einfach mal das ganze feuerwerk was ich noch bei uns auf magic rumfliegen habe und haue ich das in ein video und erzählt euch dazu ein bisschen was so warum auch nicht wenn ihr mich jetzt sehen könntet das wäre zu hart ich sehe so verbadert aus kennt er bestimmt ne silvester halt ja das war es eigentlich auch schon neues video kommt heute vielleicht noch ich weiß es nicht glaube weniger oder kommt morgen garantiert also morgen garantiert da setze ich mich auch hinter egal ob ich dann großartig lust drauf habe oder nicht aber es kommt ja also nüchtert freudig aus macht sonst irgendwas ja füttert elche am strand oder irgendwie sowas keine ahnung haut rein